Hallihallo, ähm, ja, Kaltas, bin ich, Nacebo, Drenate, Moralist, Joe, Anna, und die anderen haben, Alter, ist Funkelchen heiler? Weiß ich gar nicht. Ist Funkelchen frei verfügbar? Nicht, dass ich wüsste, er müsste ihn eigentlich gekauft haben, hm, jetzt fliegt hier eine kleine, Moment, Mist, niederwicht, okay, so, dann haben wir fast alle fertig geladen, bis auf Leoric bei den Gegnern, ist aber nicht schlimm, wenn der einen schlechten Krieg hat. Mann, bin ich müde. Ähm, ja. Hm, Helden treffe ich damit sowieso recht selten. Außer es wird jemand anfangen und ich starte es dann. Aber ist eher unwahrscheinlich. Alles klar. Was ist keiner? Okay, wenn er keiner ist. Oh, das ist nämlich ein kleiner Gefängnis. Ist natürlich nicht so gut für mich. Okay. Wieder die Frage. Hm. Viel Schaden richtig für das Gefängnis. Nicht an, aber ist genug, um mich auszuschalten. Okay. Wann hat der noch irgendwelche Leute beschworen? Uncool. 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 Alles klar. D da drauf. Immer ein bisschen was. Noch mal meine D. Hm. Das Problem ist das nicht mit dem Schaden. Die Türme kriege ich so schnell down. Das ist eigentlich schon extrem beeindruckend. Warum kann ich das dann noch ein zweites Mal abfeuern? Anscheinend, wenn es auf Türme geht oder so. Was ist da dann? Stärker wirkt? Ich weiß es auch nicht genau. Es ist auf jeden Fall sehr praktisch, dass das so klappt. Weg mit den... Ich habe die Tür vergessen. Schade. Glück gehabt, dass ich das überlebt habe. Achso, habe ich ja schon. Wie ein D. Treiben die sich denn rum alle da oben? Dann machen die hoffentlich das Ding innerhalb von Sekunden Platz, sonst hätte das Ganze keinen Sinn. Oh, der ist ein dritt. Es ist ein dritt. Tass. Nein. Ich müsste es nicht entstanden müssen. Nein. Ich weiß. Die Kinder ist mit vier Leuten nicht hin, einen vorzuzerlegen. Was die mit zwei Leuten innerhalb von kürzester Zeit machen. Und vor allem habe ich jetzt meine ganzen Dias verloren. Das ist echt total nervig. Okay. Ja, sammelt Dias. Ganz wichtig, verdammt. Schade, dass es nicht hingehauen hat. Ich bin ein Wart. 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 Das ist einfach überhaupt nichts, das ist einfach... Na ja? Die fahren auf allen Ernstes? Vor allem haben die zwei Healer und gehen total unter. Ich mein, klar, könnte mit nem Grund sein, aber... Ich mein, zwei Heiler sind keine Entschuldigung, warum vier Leute so lange für einen vorbrauchen, wo andere in derselben Zeit mit zwei Leuten in voreinreißen. Und... oder ich eben auch. Fast allein. Okay... 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 Ich bin in die Wacke... Ja, ich bin in die Wacke... Und ich bin in die Wacke... Und ich bin in die Wacke... ...er ist Toshy... Schreie 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 Ending Schreie Das ist echt unglaublich, dass das hier einfach nicht hinhaut. Oh, mein Domenland. Und jetzt geht's mit der Phoenix. So. 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 Ich lande nun! Nein, Mana. So, ein bisschen geheilt habe ich mich. Okay. Danke nochmal, ich will eine Verpassung nehmen. Ja. Ich hoffe, da hat jemand jetzt mal eine Idee, was wir da machen wollen. Ich will, dass sie wieder die Wuppe werden wollen. Das war so. Ich habe sie zu den Zern. Ich bin mir da. Ich bin mir das. in der Zeit von Grundfähigkeiten schon mal kein schlechter Grundsatz Mist Und viel mehr Idee Jetzt haben wir auch noch den Boss Also das ist grad echt frustrierend Das ist grad echt frustrierend Anschein Na also Es geht doch Duwelen? Schön und gut Aber Klar, wenn wir jetzt abgeben haben wir es Brauchen wir noch dringend Eine ordentliche Verteidigung Jetzt wird das hier rein gar nichts Wenigstens haben sie jetzt Was ist das? Ich habe keine Ahnung, wäre ungefähr dieselbe Es ist einfach Ist mir alles egal Da kommt der Phönix hin Sollt ihr alles platt machen Falscher Moment, aber was solls Als Sperre bringt das schon mal was Die Troll kriege ich nicht alleine hin Die Troll kriege ich nicht alleine hin Ich brauche mich jetzt nicht um eine Person Hähn Nööööööööööööööööööööötung Müllfall Jaaaah Falscher Trident So Alles klar Tja da fühlt es sich dann doch ganz gut Nein komm mal jetzt ein bisschen ran Ich stehe jetzt hier Nein das ist nicht gut Wenigstens nur zwei Hier stehen gleich vor der Zitadelle Wenn wir Pech haben Dann haben wir natürlich einen klaren Nachteil Bei uns zwei Leute fehlen Bei denen keiner Aber was soll man machen Wenn man dann mit zwei Level hinten dran ist Das ist schon mal nicht ganz so einfach Wenn man es dann nicht beendet Das ist genauso gut Er geht jetzt zwar zurück Aber es dauert nicht so lange Als wir ihn getötet hätten So Oh da hat einer eine ganze Menge davon Ich bräuchte Heilung Was ist ein Erzebo Oh My pleasure muss ich sagen, war ich nicht schlecht. Natürlich ist nicht unbedingt mein Plan gewesen. Der Phoenix hält auch gar nicht lang genug an, um meinen Plan wirklich umzusetzen, aber... Ah, verdammt. Dann brauche ich ja gar nicht einsetzen. Okay, Challenge. Das Camp. Dass es sinnvoll ist, wenn Walla da oben auf dem Weg ist. Okay. Hm. Das war jetzt mal... ...echt schneller, Kühle. Ich bin schon... ...fass nicht verstehe ich gerade. Hm. 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 Ich würde da selbst nicht drauf kommen. Es sind zwei schon tot. Ich meine, die haben zwar einen Moment jetzt... ...und dann... ...und dann... ...und dann... ...und dann... ...bisschen was an Zeit. Ja... ...auch ein Argument. Nicht stark genug. Auf jeden Fall. Hm. Alles klar. Double Kill. Scheinbleister. Alles klar. Double Kill. Scheinbleister. Lebensdauer um 100%. Hm. Hm. Gut, dass wir gerade zum Schluss noch die abgegeben haben. So, mein Phönix. Also ich will ja jetzt nichts sagen, aber der Phönix hat nochmal ganz schön was gerissen. Schnelle... ...zerstörerische Angriffe und der Dauerfeuerschaden war bestimmt auch nicht von schnellsten Eltern zum Schluss. Ähm. Ja, eine Quest abgeschlossen. Fehlen noch zwei. Die beinhaltet einen Sieg und noch zwei Spiele. Und vielleicht bin ich dann schon mit etwas Glück auf Level 5 aufgestiegen mit Kaltas. Mal sehen. Auf jeden Fall auch ein Charakter, den ich gut spielen kann. Amen.